willkommen zurück neue runde neues glück und ich bin gerade im target von den sniper hinten glaube ich habe zumindest die linse blinzen sehen wir spielen eine runde rush mit demselben team wie in der letzten runde im letzten part oder um ist einer und ich brauche noch ein kill mit dieser waffe damit ich dann die nächste waffe bekommen ich dann direkt mal testen werde und wir sind diesmal die angreifer vor der weg tot gewesen er hat es schon auf mich da ist er die m5k können damit killen genau dankeschön die g3a3 habe ich noch einmal sie mit dem muss man im koop modus freischalten so jetzt aber mk3 m5k auch was süß ist da der windspielzeug so nächstes ziel ist b wie viel schütze sind da drin 20 angeschwungen der wichser hat für ein arsch hat noch 60 prozent okay nicht ermutigen lassen ich probiere die waffe nur weiter aus nicht habe ich gesagt nicht ermutigen lassen auch nicht er schon wieder oder doch nein mann egal ich bleib dran ich muss die waffe testen weil das jetzt nicht die beste wahl ist glaube ich obwohl ich glaube da bringt eh nix wenn ich jetzt mal moment wo haben wir es dass sie als sat wenn ich mal den mörser nehmen oh Mist hier kommt einer rein nein weil da waren gerade so viele punkte auf der map oh ja da war er doch der hat mich die ganze zeit hart genervt krass da hab ich auch mal können über einen kaputten sound springen oh 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 aber die da war schon wieder der nächste ich glaube die versuchen hier gerade einen klassischen base rape das zum thema ich probiere mal den mörser aus komm jetzt aber und in dieser ecke der mörser aber ich glaube die haben irgendwas bei dem mörser geändert ja super da oben rennen voll viele rum dann mach ich hier auch den mörser auf ne ja und er liegt da rum und lässt die drohne fliegen was für ein ochse was lauft da um die ecke ich sehe mich schon tot ich sehe mich schon tot komm da war einer Hilfe bei kill okay da war auch nur einer ja sauber und er schon wieder also ich glaube mörsern hat hier nicht so viel sinn bla 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 So, manchmal folgendes. Ich versuche jetzt einfach mal nach B zu kommen. Nicht, dass ich das gerade schon mal versucht hätte. Feindlicher Sniper schon tot? Ja, alter Schwäche. Oh, das gibt es doch nicht. Gibt es doch nicht. Also, warte, ich mache jetzt folgendes. Ich verpiss mich jetzt hier hinten. Schaffen wir eh nicht mehr. Guck mal. Was ist das denn für einer, ey? Nicht, dass das jetzt übertrieben ist, aber das übertrieben. Komm schon, zeig dich. Da ist er. Ja, sauber. 75 Punkte wieder abgezogen. So, noch 23 haben wir. Schaffen wir auf keinen Fall. Jo. Vorhin hervor kriege ich mich irgendwo. Jetzt bin ich aber voll nah im Geschehen. Und kippt gleich wieder um. 100 pro. Ah, dann hier auch. Nein, die falsche Waffe genommen. Wollte schon sagen. Nein, bleib am Leben. Käpt'n Raza. Das ist jetzt nicht so die beste Pose hier. Oh, ich werde gerade umzingelt, glaube ich. Was soll ich machen? Ich muss hier jetzt hier liegen. Ich muss hier liegen. Oh Mann, wenn der immer so lange braucht zum drüber springen, ne? 7 zu 8. Aber dürfte jetzt hier im Moment eh Ende sein. Hallo? Noch 8 Leute? Ja. Sehr nice. Ich komme auch gar nicht mehr dahin. Oh, das wäre einer so Automatik-Ding. Und Ende. Verloren. Die machen hier mir nochmal ein KD kaputt. 7 zu 9. 1218 Punkte. Nur scheiße heute, ey. Ich bin mal gespannt, welcher Spielmodus jetzt kommt. Dann kann ich die M5K nochmal ausprobieren. So, bald bin ich Flügel 2. Da ist er. Ja, das hatten wir schon. Aufträge. Achso, zwei Handgranaten-Kills brauche ich noch. Okay, neues Ziel. Jetzt kommt allerdings drauf an, wer jetzt, oder was für ein Level jetzt kommt. Das sind Karabiner, Einsatzort, Aufklärer. Ach ja, genau, da war ich dran. Ein Rush. Schön ist, hier kommen niemals zweimal dieselbe Karte. Und wir sind wahrscheinlich jetzt Verteidiger. Yo. da ist die Waffe. So, jetzt können wir mal sehen, wie man das macht. Die werden uns jetzt wahrscheinlich wieder hart abnerven. und wir laufen natürlich erstmal entgegen, weil die müssen ja uns auch entgegenlaufen. Boah! Danke für die Granate. Kein Interesse. Wupp! Weil der muss ja erstmal nachladen, oder? Oder reparieren, beziehungsweise. Nein! Auch noch gemessert worden. Ich will mir den noch nicht so lange an. Nächstes Mal nehme ich eine Karte, wo man schnell spawnt. Wo man schnell wieder tot ist. Nee, nee. Oder noch schneller tot. Das will ich mich mal so nennen. Onkel Schredder. Oh, war ich nicht gerade ein Haus? Also gleich höre ich auf. Das macht doch keinen Sinn mehr. Ich glaube, die Waffe ist für kurz und mittlere Distanzen ausgelegt. Also nehme ich doch auch mal eine andere. Kommen die L96 wieder. Ich weiß, ich bin jetzt tot. Nein, ich bin ja echt tot. Dass da auch keiner mal Deckung gibt, von den ganzen Ochsen. da versucht noch nicht mal einer, die Bombe zu entschärfen. Egal, mache ich den Auftrag hier fertig. Mit der L96. Das will doch latte, was die da machen. Die interessieren sich ja auch nicht dafür. So, hier ist vorhin ein Sniper hergelaufen. Aber der ist bestimmt schon tot. Oder ich habe ihn nicht gesehen. Kann natürlich auch sein. Da war er nämlich. Nein, steh auf. Schon wieder? Krass, sind die schnell. Geht die Granate etwa nicht hoch? Umläuft der mich ganz geschickt? Nein, habe ich ja nicht draufgekommen. Der Skux. So, weiter geht's mit Aufregen. Nein, nicht schon wieder. Lass mich doch erstmal hier weg. So, das Haus da ist doch ganz gut. Oh nein, da guckt schon einer zu mir. Nein, er hatte mich schon gesehen. War er schon wieder mal? War das nicht gerade schon mal? Ich habe ein Déjà-vu. Und ehrlich gesagt, glaube ich, dass ich heute gar nicht spielen sollte. Was ist hier denn los? Wir gehen alle mal in ein Haus. Dann haben die das ganz einfach, wenn da einer reinrast. Und dann wirst du wieder belebt, ey. Achso, gehört zu uns. Alles klar. Gut, dass das kein Hardcore-Server ist. So eine richtige gute Sniper-Pose habe ich immer noch nicht. Na, zumindest für Pistole. Oh, verpiss dich doch. Super! Super! Ne, da sind zu viele. Ich will hier schön auf mich warten. Also, mal die Position ändern. Oh, mein Gott. Oh, geradezu vor Schluss. Ja, toll, toll. Das ist die erste Waffe, wo ich das habe. Direkt mal testen. Geil. Ich kann wohl nachladen, ohne das, ähm, das Visier runterzunehmen. Anpassen, Ausrüstung, Zubehör. Also, dafür müsste dann das Zwei-Bein weg. Na, zum Ausprobieren, okay. Und hier hoch. Nein, hoch, 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 hoch. Achtung, der Pfeil hat die Ladung platziert. Na super!